12. Station Jesus stirbt am Kreuz Also hat Gott die Welt geliebet, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Die Trommel, die das Schwerd besiegt, an Erfälscher, vor den Sonnen, der das Kreuz und Frieden in die Mächte. Welt und Stunde, Gott und Sonn, der Licht, die zu hechten, da der Wunder seine Zeugster mich mit den Mächten. Welt und Stunde, Gott und Sonn, der Licht, die zu hechten, Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!